Ich habe einen Termin mit Mr. Carpe. Es gibt da einige Fragen des letzten Urlaubs. Psst, leise. Hier ist er wieder, euer Touchman, wieder im Dschungel. Wir schleichen ja das Lager an, auf Harkrei. Willkommen zurück, hallelujah, pipapo. Nein, sonst. So, leise Füße hier. Die gucken mich doch direkt an. Okay. War da einer, war da zwei. Jo. Dann mal wieder bescheiden ein bisschen zurück hier. Da ist doch schon der Nächste, der nach uns sucht. Alter, wir haben uns hier beide nicht gesehen. Buchstäblich mit dem letzten Schuss habe ich hier immer noch einen verpult. Und das war auch schon wieder der Nächste. Dieses Plumpsen, das ist immer irgendwie wichtig. Alter, dann weißt du, dass die Sache erledigt ist. Versuchen wir mal, hier nicht weiter auf uns schießen zu lassen. So, hier geht's glaube ich wieder zum, zum Weg zurück, zum Zelt. Okay. Na, noch mal ein bisschen looki-looki machen. Okay, scheint soweit, ja alles ruhig zu sein. Husch, husch. Schön leise schleichen hier. Ah, da ist eine Weste. Sehr schön, die holen bei uns. Holla, die Waldfee. Zack. Ach ja, da fühle ich mich doch gleich viel besser. Und. Ich mache jetzt im Zelt noch einen riesen Krach. Da vorne, ist da nicht noch eine. Zack. So. Haben wir auch den Wachtposten auf dem Turm ausgeschaltet. Und damit ist hier soweit klar. Der ist auch weg. Da oben ist keiner mehr drauf. Dann. Schauen wir uns mal die nächste Hütte an. Okay, alles. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Okay, redet keiner. Dann ist da auch keiner. Sonst hätte hier nämlich jemand Alarm gemacht. Oh, Schlüsselkarte. Sehr schön. Die werden wir später noch brauchen. Zack. Wichtigen Plan brauchen wir nicht. Wir haben eh keinen Plan. Na. So. Da lukt doch noch einer von den Buben rum. Sagen wir mal. Hier erstmal. Ganz leise. Schleichi, schleichi. Hoppala. Kuckuck. Okay, keiner drin. Jetzt sind wir drin. Was gibt es hier noch? Okay, eine Tür, durch die wir rausgucken können. Jetzt muss ich hier den Stuhl beiseite schieben, oder wat? Okay, da ist keiner mehr. So, und den Rest des Lagers schauen wir uns nochmal von der anderen Seite an. Wenn hier einmal quer durch. Ich weiß, was macht man nicht. Aber wo sitzt der eine Typ, den wir hier noch auf der Karte haben? Okay, hier haben wir noch eine Weste, falls wir eine brauchen. Noch eine Ausgabe von Playberg. Hey, hey, hey. Ach ja, für die einsamen Stunden. Sind ja auch nur Männer, die Jungs. Kuckuck. Okay. Okay, hier ist offensichtlich die Küche. Aber vielleicht finden wir hier auch was zu fressen. Mal laden wir nach. Okay, hier soweit auch alles ruhig. Hier haben wir wieder so einen Generator. Was ist da hinten los? Gefällt mir aber gar nicht, diese Aufmerksamkeit. Hey. Mal wenn die Tür schon mal aufgeht. Oh ja, hier sind wir ja auch noch gut ausgestattet. Oh, da hinten haben wir auch noch Autos. Sehr schön. Und ich glaube, hier werden wir endlich die Keycard brauchen. Jawohl, da haben wir hier noch was. Munition. Sehr schön. Jawohl, noch mehr Munition. Und dann, zack. Machen wir mal hier auf die Tür. Schnappen uns. Na, Granaten haben wir alles soweit dabei. Beste Pipapo. Jo. Klick, klack. So, aber. Ha, endlich noch. Munition für das Scharfschützengewehr. Und. Wo sind jetzt der Deadpack? Also der. Der Sprengstoff. Wusste ich doch, dass hier nur einer auf dem Schießplatz war. Wer fährt hier Auto? Wo ist das denn so? Was ist da drin los? Ich will denn das Zelt rein. Hier ist nix. Und wo finde ich den scheiß Sprengstoff? Meine Güte. Hier ist nix. Da kommt man nicht rein. Na, sag mal. Nix ist. Okay, Zielung könnte ich hier machen. Na, sag mal. Eigentlich müsste ich hier noch irgendwo. Nö. 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 Kein Sprengstoff. Wo finde ich den Sprengstoff? Muss ich den etwa erst mal im Auto holen? Oder wie? Oder. Ist das der Sprengstoff? Hm? So. Zack. Ran damit. Äh. Dann nehmen wir wieder mal die Beine in die Hand. Das scheint ja gut funktioniert zu haben. Dem Funkverkehr nach ist da das völlige Chaos ausgebrochen. Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und fahren Sie zum Pier. Ich mache mich auch auf den Weg. Okay. Jo, Weltfreude. Goodie. Wovon wir das aber machen. Ist diese Folge hier zu Ende? Ach so, das ist ein Fluchtwagen. Der wartet hier schon mit laufendem Motor. Hm? Hehe. Ja. Okay. Also. Weiter geht's in der nächsten Folge. Dann fahren wir wieder Auto. Ich freue mich schon drauf. Ne? Hehe. Bis dahin. Bleibt mir treu. Bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Tschö. mit Öh. Vielen Dank.